Hallo, mein Name ist Thomas Hofer und ich bin der Leiter der Grazer Stadtreinigung. Zu unserem Aufgabengebiet gehört, die Stadt Graz sauber zu halten. Das bedeutet, wir haben 1000 Kilometer Straßennetz zu säubern. Weiters haben wir 2,4 Millionen Quadratmeter Grünflächen zu betreuen, wo auch 20.000 Bäume stehen. Weiters haben wir 4.000 Papierkörbe jeden Tag auszuleeren, sind aufgeteilt in einen Dreischichtbetrieb. Wir sind rund um die Uhr besetzt und versuchen die Stadt so sauber zu halten. Mein Team und ich sorgen 24 Stunden, 365 Tage im Jahr für ein sauberes Graz.